Schreibst du auch selber Songs? Seit wann spielst du Gitarre? Ja, ich spiel Gitarre seitdem ich sechs bin. Und ich hab vor kurzem angefangen, einen eigenen Song zu schreiben. Kannst du ihn spielen? Kann ich's machen, ja. Jennifer, dein Mann, Grau und Schreibst du in die Rundstuhl? every time you looked in my eyes I was getting nervous and so shy And every time when you were around I can't forget how to walk Das ist ein guter Bewegung. Danke, Sue.